Mein Name ist Elisabeth Limadronke, ich bin Mutter von sechs Kindern, wohne und lebe in Erfurt, im schönen Thüringen, Landeshauptstadt des Erfurt. Ich leite seit einigen Jahren den Kinder- und Jugendchor am Erfurter Dom und bin seit Juni diesen Jahres, habe hier eine Personalstelle beim Bonifatiuswerk. Der Kinder- und Jugendchor besteht aus derzeit 130 Kindern und Jugendlichen im Alter von drei bis 20 Jahren. Wir proben in vier verschiedenen Altersgruppen, der Chor singt in der Liturgie im Dom und macht darüber hinaus missionarische Projekte in der Stadt, um in der Diaspora, die Katholiken sind in der Minderheit in Erfurt, einfach vom Glauben Zeugnis zu geben.